Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play System Shock. Heute am 16.05. glaube ich, also Pfingstmontag auf jeden Fall. Ja, 2016. Ein Montagabend, ja, ich komme gerade aus dem Westerwald wieder zurück. Ich weiß gerade leider nicht, auf welcher Etage ich gerade bin. Äh, 6. Will ich gar nicht hin. Ich will wieder zurück zu 3, denn ich habe mich ein bisschen im Internet schlau gemacht. Ich hoffe mal nicht, dass jetzt hier überall die unsichtbaren Mutanten leben. Das fände ich jetzt ziemlich Käse. Warte mal, wir brauchen einmal die Karte. Und zwar, ne, was wir hier nämlich machen müssen, was ich nämlich nicht gemacht habe, ich alter Horst. Äh, ja, wir müssen jetzt die letzte verbleibende Kamera finden, die hier noch irgendwo rumfleucht. Und irgendwo muss sie ja sein. Also eine Kamera habe ich übersehen. Wir müssen nämlich die Sicherheitsstufe auf 0 bekommen. Wir müssen dann durch diese eine Tür durchgehen, durch die wir noch nicht durchgegangen sind. Und dann, äh, können wir nämlich auch endlich diesen lustigen Kopf, den wir verwendet haben, benutzen. Wofür ich noch keine Verwendung gefunden habe, wo ich auch niemals drauf gekommen wäre, äh, gerade diesen Kopf mitzunehmen. Wenn ich nicht das Internet gehabt hätte. Deswegen Internet, vielen Dank. Offensichtlich sagst du ausnahmsweise mal die Wahrheit. Ne, aber, äh, das ist wirklich so ein Spiel. Boah. Puh. Ich meine, wenn die Gegner nicht respawnen würden, wäre das eine Sache. Dann könnte man hier noch so überall durch die, durch die Gänge durchschleusen und so. Und ich, ich renne jetzt extra nicht so viel. Ich will jetzt die letzte Kamera finden. Hätte ich natürlich schon vormachen können, ich weiß, aber ne. Ne, ne. Ne, aber wenn, wenn hier halt alles respawnen, dann verbraucht man seine ganze Munition und alles. Und was liegt da rum? Ach, ne Pistole. Und dann ist es einfach nur scheiße. Deswegen bin ich schon eigentlich ganz, äh, froh, dass jetzt hier die Mutanten nicht wieder da sind. Da unten scheint irgendwie ein Gegner zu sein. Aber ich sehe keinen roten Punkt auf der Karte, wo jetzt nochmal eine Kamera sein könnte. Das ist ja normalerweise ein Indiz dafür. Das habe ich aber einfach noch nicht gesehen, aber... Scheiße. Ja, ich werde die schon noch irgendwie finden, vielleicht. Ja genau, hier habe ich, glaube ich, auch den richtigen Kopf getrunnen, äh, getrunnen, genau. Gefunden. Okay, da oben sind Gegner. Habe ich schon hier gesehen. Äh, ha. Boah, jetzt kann ich hier alles durcheiern, ey. Schön. Ah! Ah! Geht kaputt! Himmel, Arsch. Okay. Gucken wir jetzt mal, ob hier Gegner sind. Nein, sieht gut aus. Eine Kamera, eine verschissene Kamera fehlt hier noch, ne. Das kann nicht sein. Und ich will sie finden. Nein, ich gucke nicht im Internet nach. Ich suche mir jetzt keine Karten raus. Okay, da ist vor den Türen ein dicker Klops. Hier, sehen wir. Da ist was. Ach, du Scheiße. Das ist mehr als einer. Zack. Zack. Okay, müssen wir nachladen. Ruhekerngeschossen sind immer gut. Was? Wer trifft mich hier? Du kleines Stück Scheiße. Ja, komm, töte mich. Ist okay. Ist okay. Wir haben ja unsere Vita-Chamber. Ist so lustig, wenn hier die Kamera wäre. Ne, leider nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Aber jetzt müsste hier eigentlich irgendwo direkt der Gegner gleich sein, ne. Ja! Da schießt er schon auf mich die. Oh, ihr blöden Kackpenner. Ich hätte keinem Laserwapier. Das habe ich leider noch nicht entdeckt. Skip, skip. So, Bombs. Ah! Keine Munition mehr. Okay. Hallo! Komm. Du bist immer noch nicht tot. Och. Es reicht doch. Ohne Scheiß. Himmel, ey. Ah! So! Aber immer, immer. Kopf kratzen. Ah! Nase kratzen, so. Jut. Äh. Nachland. Oh! Muss das denn sein? Was ist jetzt gerade mit dem Schuss passiert? Ich dachte, du wärst tot. Oh! Okay, die muss ich schon mitnehmen. Teflon. Es kann nicht wahr sein. Das ist noch einer. Ich lass mich nochmal töten. Ist mir jetzt egal. Hallo! Boah! Es geht ja schon wieder gut los, ne? Dann, 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 dann. Dann, 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 dann. So ein bisschen wieder weißer Hai, ne? Hat was davon, finde ich. Ja, sonst, ich habe jetzt am Wochenende, war ich bei Julia. Habe ich hier ihr NES ausgepackt. Nein, das ist nichts Sexuelles. So, ich habe, äh, Metroid wieder mal durchgespielt. Ich habe mittlerweile zum Dritten... Boah, geh mir doch nicht auf und Lust. Zum dritten Mal. Ich habe schon gar keine Lust mehr auszuweichen. Okay. Zum dritten Mal, glaube ich, mittlerweile. Aber es macht immer noch Spaß. Vor allem, wenn man alles wieder vergisst, was man vorher gemacht hat. Also, nicht komplett alles. Ich hatte schon noch hier so ein gewissen, gewisses Wissenspensum, was mir doch noch weitergeholfen wäre, an der einen oder anderen Stelle. Äh, habe ich dann aber auch durchgesucht. Ich glaube, ich schätze mal so drei bis vier Stunden, wenn ich gebraucht habe. Aber jetzt, wenn ich das spiele, denke ich mir, boah, Alter, Dennis, da muss ich auch mal ein Let's Play-Phone machen, ne? Die Leute beschweren sich ja immer über den Orientierungssinn. Und, äh, wenn ich das Spiel spiele, muss ich sagen, völlig zu Recht. Okay. Ja, jetzt weiß ich hier zum Beispiel schon wieder nicht mehr, wo ich schon lang gegangen bin und wo nicht. Aber hier sind keine Kameras mehr. Offensichtlich. Gab ja drei von diesen Fluren, glaube ich, ne? Ich meine schon. Eins gab's nix. Das ist der zweite, wo es jetzt nichts gibt. Ne? Ich meine, ich muss auch nicht mal oben gucken. Die können ja unten sein. Ja, hier ist alles... Alles dood. Hm. Na gut. Okay. Dann suchen wir mal weiter. Was Schöne ist, äh, dadurch, dass ich jetzt hier dumme Suchaktionen starte, äh, hab ich durchaus den Vorteil, dass ich, äh... Was ist hier das? Ah, hier sind Batterien! Hm. Die hatte ich da nicht einmal so ein leichtes... Na, okay. Ich bin voll... Kannst du sagen, so ein leichtes Leck hatte ich da. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Und zwar wahrscheinlich genau da, wo ich auch dieses scheiß Vape hier finde, was ich nicht finde. Dann, 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 dann. Ja, 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 ja. Wie gesagt, was soll ich jetzt? Heilung verschwenden, ne? Da hinten ist er. Bist du nicht du, der mich trifft? Wer trifft mich denn sonst? Ist da auch noch einer? Da hat er sich versteckt! Schaut mal einer an! Öh, ihr tot! Pah! Lustig. Ja, machen wir es einfach nochmal So Jetzt erstmal ein bisschen Schussverschwendung Par excellence So, stirb War das da, wo ich gerade war? Ja, ne? Das war da, wo ich gerade war Weil ich weiß, das sieht so ähnlich aus Hat irgendwie gesagt, direkt hier vom, äh Ja, ja, okay Direkt vom Aufzug irgendwie in die Richtung Und von da aus kommt ihr dann super dann da hin Das war auf jeden Fall auch eine Leiter, die man hochgehen musste Das ist das, was ich noch weiß Ja, das ist hier Och, du Scheiße Ich habe so spiel gerafft, dass da einer steht, ne? Na, muss man sich jetzt ja nicht unbedingt hier Komm Die Motherfucker War ich hier schon mal? Ich habe keine Ahnung gerade, um ehrlich zu sein Gamma Maintenance Offensichtlich Ist da oben eine Leiter gewesen? Habe ich das richtig gesehen? Schert Wer? Du blöder Penner Oh Na, 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 na Kann sich noch ein bisschen aggressiver sein, die Musik Okay, aber ich glaube, äh, hier könnte es durchaus Fruchtbar sein Hallo 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 Und tschüss Wenn ich nämlich einmal hier hochlaufe Komm, los, 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 los Das sieht für mich jetzt noch nicht so aus, als wäre ich hier schon mal gewesen Kann mich auch täuschen Ne, weiß ich noch nicht Ui Äh, äh, äh Äh, okay, immerhin den Laserdegen haben wir jetzt gefunden Ah, nee Äh, äh, äh Boah, was schmeißen wir den jetzt mal weg? Ach, die Schrotflinte Komm, weg damit Hey, wir haben den Laserdegen gefunden Toll Ich brauche eine Kamera Kein scheiß Degen Äh, na gut Der ist aber auch nirgendwo ein roter Punkt, ne So von wegen, Achtung Dennis, da ist was Tolles Upgrade habe ich hier Komm, wir können auch mal den Degen mal so ein bisschen benutzen Pass auf Ich finde ihn ganz toll Explosionsreste kann ich leider nicht benutzen War hier schon Und ich will mich wieder jemand abschießen irgendwie Ich glaube, hier war ich schon, ne Ja, ja, da war ich schon Scheiße Tja, ich finde leider die letzte Kamera nicht Bappi, dappi, bub, bub, bub Aber es sieht so aus, als wäre Würde es da noch irgendwie so einen Weg geben Ist hier so eine Geheimtür oder so? Nee Bitte Ja, ist echt nicht schlecht Also es zieht auf jeden Fall was ab Da ist keine Kamera drin Ah, es ist so nervig, ne Ohne Scheiß Ich komm nicht klar Okay, der ist richtig gut, der Degen Der zieht, der zeigt ordentlich was Das muss ich ihm mal lassen Ja, hier wird auch nichts sein Du bist bestimmt eine Kamera, ne Scheiße, ey Ja, tut mir leid, dass ich jetzt hier wieder so rumeiere Als gäbe es keinen Morgen mehr Aber ich finde die letzte Kamera nicht Und ich brauche sie leider Ich hatte gerade Laugenbrezel War lecker Zwei Stück mit Butter So Hier ist auch nichts Guck mal, wie sie Piu, piu, pies Keine Kamera Mhm, mhm, mhm Da gab es ja, glaube ich, noch Ah, nee, es war, glaube ich, im sechsten Stockwerk Ah, hier ist doch schon wieder was Schmatsch kaputt Alter Einschlag tot So will ich das immer haben Oh, der Degen ist toll Ich hab mich verliebt Ach, du Scheiße Niemals Scheiße Er hat mich doch noch erwischt Ah Und sonst, wie geht's denn euch so? Ich freu mich auf die nächste Woche Nicht Nein, ich freu mich auf das Wochenende Weil Julia kommt doch wieder vorbei, ne Ganz gechillt Vier Tage Vier Tage Woche Na, was will man mehr? Na, komm, dann kommen wir mal hier Hier nochmal So Und dann noch ein paar Tägchen Und dann hab ich auch schon Urlaub Ja, ich hab Urlaub Und ich freu mich da schon Ziemlich hart drauf Reaktiviere ich den Scheiße nochmal Mhm There are no cameras in my face Plums Jetzt kommt da so ein scheiß unsichtbarer Mutant Und will mir dein Leben schwer machen Und der schafft es sogar Wenn wir Binden Binden Ja, ich flieg da gleich auf jeden Fall nochmal hoch Da, wo dieses Schwerelosigkeitsgezumpel ist Ach komm, wir gehen jetzt erstmal oben lang Sonst war ich überall, ne? Da war nur der Raufzug, äh Da war nichts Boah, geht mir auf den Keks, ne? Ich würd so gern Diese scheiß letzte Kamera finden So geht das, Jun Sonst soll ich hier irgendjemand ohne Fahrschein Ich luke auch immer schon so ein bisschen auf die Kamera Äh, auf meine Karte In der Hoffnung, dass er irgendwas findet Wo war der denn? Da hinten war er Boah Ich kann ja eigentlich mal looten, ne? Ich voll spacken Kriege ich wirklich so ein bisschen Munition hier Erfahrungspunkt gibt's hier ja keine Den, 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 den Boah, das ist echt schrecklich, ne? Hier ist nix Hier ist ja nix Das heißt, es muss irgendwo einen Weg geben Wenn ich tatsächlich noch nicht gegangen bin Boah Geht mir dann auf den Sigg Komm auf die Pfff, tot Hier sind zwei Leichen, die loot ich nochmal eben Dankeschön Und, oh, den hab ich schon Mein Fehler Ui Ha, 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 ha So ne Pfeilpistole Jetzt hat er wieder Ui Ha, wie, warum? Das hat letztes Mal noch nicht funktioniert Es tut mir so leid Pff, ha Hier, Netzhautüberprüfung gescheitert, ne? Ihr wisst schon Bescheid Jetzt nehmen wir nämlich unser schönes Köpchen Tada Oh, ist ja geil, der Degen Ich liebe ihn Ja, wir kommen weiter Oh mein Gott Ist das nicht wundervoll? Also ich find's richtig toll Und nur wegen meiner eigenen Doofheit Hab ich so echt nicht kommen sehen So, Schodan Was sagt er denn hier? Dann haben wir hier Pflege die Flag Und Schodan An Cyborg 77e Schicke sofort einen Wartungsroboter zu den Computer-Com-Computerräumen auf den Ebenen 1 bis 6 Um sicherzustellen Dass alle Computer funktionieren Wenn dieser Lakai von Verschuldet Hier Auch nur eine einzige Ziffer des Systemzugangscodes herausbekommt Kannst du dich darauf verfreuen? Die Verteidigung der Reaktor-Ebene Jetzt haben wir 0% Guck mal ihn an Hat doch Das hat letztes Mal noch nicht funktioniert Bin ich mir sicher Kaputt ist er Okay Ich nehm doch mal lieber Licht an Oh, das sieht toll aus Was ist das? Eine Schockbombe Nehmen wir mit Nehmen wir mit Nehmen wir mit Nehmen wir mit Nitropack Nehmen wir mit Alles mitnehmen Ja cool Haben wir geschafft Weil jetzt kriegen wir auch keine Aussage über irgendwas anderes So von wegen, ne? Bla 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 Äh Oh Ja, den nehmen wir natürlich mit Klar Ach, das nehmen wir mit Naja, wir kriegen jetzt überhaupt gar keine Keinen Hinweis darauf Was wir jetzt machen sollen, ne? Sagt nur irgendwie Hier Zugangsdaten Ebene 1 bis 6 Das heißt Ich darf jetzt immer wieder dahin dingeln Und hier diese lustige 9 Die ich glücklicherweise auch nicht kaputt machen kann Ich hab ja schon 2 Die aus den Ebenen 3 und 6 Und jetzt darf ich mich jetzt erstmal noch In die anderen Ebenen zurückbegeben Andere Ebenen zurückbegeben Ich mag diesen Satz auch So Ab in die Ebene Da bin ich schon So, Ebene 2 Okay, jetzt müssen wir erstmal Hier, World Maintenance Room Das klingt doch schon mal gut Wie Worte unbenutzbar Ich muss eigentlich nur die Kacke finden Die Zahlen Äh Ja Gut Das ist jetzt ein bisschen Sucherei natürlich Weil, äh Ich mich da nicht mehr so wirklich dran erinnern kann Ist ja auch schon ein bisschen was her Wo wir die Level gespielt haben Also immer da wo die Reaktoren standen Da ist in der Regel auch immer der Monitor Der mir die entsprechende Zahl anzeigt Batterien Converter Mein Gott Ich will mir eigentlich nur angucken Welcher halt ist Oh Strahlungsgebiet, okay Oh, das sind Rohrleitungen Ja gut, vergift uns nicht Ah, ich bin aber gleich tot Hatte ich hier sowas? Äh, so eine, so eine Vita Chamber Ich denke mal schon, ne? Hm, hm Ich will noch mehr kaputt machen Oh Ich dachte, hier würde ich jetzt den Weg auftun Okay Ich weiß Ach, ich bin so dumm Da komm ich doch gerade her Das Geräusch ist auch so verstört Achtung, du stirbst gleich Ich hab mir nur direkt sagen können So, da will ich hin Gut Da waren wir schon drin vielleicht, äh Ich hasse Kreisrundegänge Ich will lieber einen Schlauch haben Verlaube mich wenigstens nicht So, dann gehen wir jetzt einmal hier rein Und ich komm dann nicht weg Ha Okay, müssen wir einfach durch die fette Schottertür